Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 20.02.2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 566. Und ja, was soll ich sagen, die Grippe hat uns vollkommen intus. Den Achim, mich und neu auch im großen Geek Talk, den Jan. Meine Lungenentzündung ist am Abklingen und deshalb werde ich heute den stimmlosen Achim ja, wie sagt man so schön, vertreten und habe ein paar Neuigkeiten mit für euch zusammensammeln können. Zum einen sind es zwei, drei Themen, die nicht ganz so neu sind, aber interessant im Zusammenhang mit den aktuellen Themen. Zeitverschwendung, Two-Factor-Artification, Siri-Shortcuts, Mi 9, Huawei P30, S10 und das Apple-Event. Wir beginnen gleich mal mit der Zeitverschwendung. In den Staaten kann man ja für alles mögliche klagen, sei es noch so verrückt. Aktuell wird Apple verklagt, auch das ist nichts Neues und das von einem einzelnen Herrn, der der Meinung ist, dass die ihm auferzwungene Two-Factor-Authentification für seinen Apple-Account Zeitverschwendung sei. Er braucht jedes Mal zwischen zwei und fünf Minuten, bis er sich dann irgendwie eingeloggt hat, weil auf Gerät 1 will er sich einloggen, bekommt auf Gerät Nummer 2 dann einen Code, den er auf dem Gerät 1 eingeben muss, dann noch bestätigen auf dem zweiten Gerät etc. All die Sicherheitsdinge, um es anderen unmöglich oder weniger schnell möglich zu machen, in deine eigenen Geräte einzudringen, empfindet er als Zeitverschwendung und deshalb will er Apple verklagen. Was heisst will? Er verklagt Apple und möchte dafür Geld haben. Es gibt schon lustige Menschen auf dieser Welt. Wenn wir aber gerade bei der Two-Factor-Authentification sind, da gibt es ja Möglichkeiten, das Ganze über SMS oder über Apps zu tun. Apps gibt es von Authy, von Google, von Microsoft und von allen möglichen. Wie ein lieber Kollege, der Happy Buddha herausgefunden hat, geht das auch über One Password. Da kann man die ganze Two-Factor-Authentification jetzt auch in der App oder im Webdienst drin tun. Finde ich spannend, würde ich für meinen Fall jetzt nicht mischen, denn da habe ich schon meine ganzen Passwörter drin und da würde ich nicht gern auch noch die Two-Factor-Authentification drin machen. Aber auf jeden Fall, es geht. Wer möchte, kann es versuchen. Link dazu, wie es funktioniert etc. ist bei uns in den Shownotes mit drin. Dann kommen wir zu, hey Siri, druck mir mal doch das Dokument XY. Das ist nämlich jetzt möglich, wenn ihr im Besitz eines Epson-Druckers seid. Dieser kann seit neuestem, also Drucker von Epson aus dem Hause Epson können jetzt neu nach einem Update von der Software mit Siri, Amazon Alexa und dem Google Assistant kommunizieren. Heisst eben, bei den ganzen Alexa-Geschichten kann man das über die Box machen, beim Google Assistant über die ganzen Google-Telefone und wo die Dienste auch sonst noch so drauf sind, Tablets etc. und Uhren. Und bei Apple funktioniert das Ganze, wie gesagt, über einer dieser tollen Siri-Shortcuts. Wer also drucken per Stimme möchte, kann das jetzt ausprobieren. Xiaomi hat und wird heute ein neues Telefon vorstellen. Das Mi 9. Kurz vor der MVC, dem Mobile World Congress. Spannend, ähnlich wie Samsung, machen sie es heute schon. Also eben zwei Tage davor. Und da sind schon ein paar Daten rausgefallen. Zum einen werden wir da eine Triple-Kamera drin sehen. Und im D-Max, D-XO Mark Mobile Test, jetzt ist es glaube ich gegangen, ist die Kamera auch schon aufgetaucht. Und sie kommt gleich auf Platz 3. Hat somit das Apple iPhone XS Max vom Platz 3 verdrängt. Vorher, oder vorne dran, sind noch das Huawei Mate 20 Pro und das Huawei P20 Pro angesiedelt. Spannend, spannend. Wir dürfen gespannt sein, wie teuer das schlussendlich ist und was sonst noch für Funktionen mit drin sind. Alles im Laufe des Tages wird sich dazu lüften. Da wird sicherlich der Achim, wenn alles klappt, morgen ein bisschen was dazu sagen. Oder wir dann in der nächsten News-Folge vom Geek Talk. Auch wurde gestern bekannt gegeben, der Termin von Huawei für das kommende Flaggschiff im Consumer-Bereich. Logischerweise kurz vor dem Samsung-Event und kurz vor der MWC musste der Termin noch rauspurzeln. Am 26. März wird es in Paris vorgestellt. Und wie man auf der nicht ganz so gut versteckten Einladung, wie sagt man, sehen konnte. Es wird vier Kameralinsen drin haben und der Fokus wird vor allem auf dem Bereich Zoom gelegt. Ich bin mal gespannt. Vielleicht werde ich ja vor Ort sein und euch dann davon berichten können. Weiter geht es mit Samsung. Die stellen heute ihr S10 vor. Leider sind schon ganz, 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 ganz viele Details zum Telefon bekannt. Wir dürfen hoffen, dass zumindest der Bereich vom Faltbaren eben noch ein bisschen was bringen wird und vielleicht das eine oder andere Feature nicht durch die ganze Gerüchteküchte gepurzelt ist. Spannend wird sicherlich der Preis sein. Aktuell munkelt man etwas um die 750 bis 900 respektive 1000 Euro. Schweizer Franken sind es dann ein bisschen mehr. In dem Bereich soll das Smartphone liegen. Da bin ich echt gespannt, ob Samsung wieder den Schritt unter die 1000 schaffen wird oder ob sie auch über die 1000 gehen werden. Ich denke, das wird sicherlich auch ein bisschen gutes Marketing sein, wenn sie es dann richtig machen. Auch wurde bekannt, dass aber ein Gerücht, muss man ganz klar deklarieren, es soll im März noch ein Apple-Event geben. Am 25. März soll es genau gesagt soweit sein. Das wie immer natürlich erst dann bestätigt, wenn auch die offiziellen Einladungen kommen. Meistens so ein, zwei Wochen vorher. Und da soll es neben Mini und Airpods der neuesten Generation auch die Ladeplatte geben, den Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiss. Und der Filmdienst soll vorgestellt werden. Wir dürfen gespannt sein und sehen es dann, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, das war es heute von mir. Übrigens, kleiner Hinweis, wir werden es heute dann noch über die Social-Media-Kanäle bekannt geben. Denn der eine oder andere weiss es ja schon, der Achim und ich werden nächste Woche, Holz anfassen, wenn wir ganz fit sind, am MWC in Barcelona sein und euch da über die Daily, aber auch über das Format Geek Talk TV über die einzelnen Neuigkeiten von der Messe berichten. Wer mag, darf uns da gerne verfolgen und beobachten und die ganzen Dinge konsumieren. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, euch einen schönen Tag und ich gehe jetzt auch wieder meine Stimme schon. Euer Pokipsi, tschüss! Hört mehr Geek Talk!